Ich schlage die Tür von meiner Schnauze vor und mal zu. Ich reß. Ich reise mit der Queen Zerobie, Treffpunkt am Vordech. Das lag Rett hier. Ich schlage die Hintergritte an ihm und schläg mir das Ding vor der Nase zu. Zum Vordech geht's hier lang. Samar. Da müssen wir dann Scream den Daumen werden. Die Explosionen haben angefangen. Wir haben keine Zeit mehr. Ich springe runter. Ich schone mich ab. Das ist nicht so richtig. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich fange ganz schnell an. Ich bin sehr schnell. Ich denke wir sollten uns aufzählen. Das ist doch nicht Christ oder? Den haben wir denn ja... Ja, danke Kannst du stehen, Parker? Na toll Danke dir Ich darf noch ein bisschen umschleppen Jessica hat geschossen Sie gehört zum Morgen Jessica Da kommen wir nicht vorbei Mist, können wir das nicht abstellen Doch hier, aber da wird hier noch was aufstehen Das war's von Gott Das war's von Gott Das war's von Gott Und das holst du den Weg frei im Ballon Oder was Ich hoffe das ist nicht mehr weit Ich erkläre später Gib mir einfach Beko Verstanden Ich weiß nicht, was ich hier finde Das ist jemand anderes Ich gehe nicht im Weg, Chris Ich gehe nicht im Weg, Chris Ich gehe nicht im Weg ins Das ist jemand anderes Ich gehe nicht im Weg Ich gehe nicht im Weg Das wird nichts. Wir müssen los. Ja, Chris. Ich weiß. Oh, oh. Es sind keine Gegner mehr. Oh, no. Ah, scheiß. Ich habe nicht so viel gebraucht. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wieso gern ich den auch besiegen würde. Okay. Shit. Shit. Ach, die Heide geht ab. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Okay, okay. Kein Zeit mit einer von mir. Ich kann ja mal in die Hose gehen. So viel dazu. Wir suchen hier ohne Holzweiche. Ach was, das Schiff sinkt. Tut es das? Ach. Na komm, du siehst ja. Beeilte euch, Leute. Krater. Und dann zappen. Der Pilot! Darum müssen wir uns später kümmern. Jetzt müssen wir noch ein paar kürzer kümmern. Entschuldigung. Sie kämpfen gegen den Kram. Ich sehe doch schon, dass du hochschraubelst. Auf geht's. Bis hier bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren. Um alle Beweise zu vernichten. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Jessica! Tut mir leid, Parker. Wir sehen uns. Parker! Wir sehen uns. Episode 11. Offenbar. Das Ding ist riesig. Wir sehen uns. Verdammt, was ist das? Wir erschaffen das, Chris. Ah, ja. Ich glaube, ich habe noch einen... Nein, ich habe noch einen... Keine scheiß Munition wäre. Sie haben die Parasiten! Schieß drauf! Du meinst, dein Parasit kontrolliert den Fettlos? Verflucht! Warum soll ich schießen? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Und bis jetzt! Ausweichen! Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das war nix. Das geht ja von mir an. So, arm ist weg. Das ist wieder das Munizinsverschämung. Die richtigen Munizungen. Oh shit. Da habe ich das jetzt nicht. Warum? Ich sehe nix. Der Arm weniger. Ausweichen. Oh, noch mehr ausweichen. Da. 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 Da hinter Schwede. Nächste Phase erreichbar ist. Ich habe keine Heilung mehr. Es geht schief. Und wir sind tot. Wir müssen vier Arme verschießen. Der Gegner von der Klingel. In der Zeit. In der Zeit. Zähl auf die Parasiten. Sieh drauf. Du meinst ein Parasiten kontrolliert den Filmfluss? Verflucht. Und du. Ach. Was ich auf dem Mal sehe. Es ist auch eine J just. Beschreibung. Au. Das war ich mit der Amp-Waffe. Das ist eigentlich das Ding. Soll ich dich was machen? Dann war das nicht jetzt. Dann hätte ich noch einen Minusund hätten können, weil das könnte man die Dinger haben von unten. Nur zwei Hände. Wurde auch Zeit. Daneben, so ein Scheiß. Daneben, so ein Scheiß. Daneben, so ein Scheiß. Ach, Kartik. Daneben, so ein Scheiß. Um nicht die Zeit umzufrieden. Um fliegen zu bleiben. Das ist gut. Ich muss jeder Schuss mit der Waffe sitzen. Was denn? Die Zeit haben wir eigentlich nicht mehr. Ich treffe jetzt wunderbar. Aber noch 50 Sekunden. Das sind die Arme die wir abschießen müssen. Wahrscheinlich noch den Fuß. Als Kopf. Achso, ich habe das Ding die ganze Zeit dabei. Ich bin dumm. Ich verschwinde dir Zeit. Jetzt habe ich es geschafft habe. Ich habe das Ding die Gäste. Ich mache uns hier raus. Nein, noch nicht. Dieses Ding darf nicht überleben. Jetzt bin ich groß in der Wunderstuhl jetzt. Das ist ein Schöpfer. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Ah, shit. 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 Ah, shit.